Akademia NOVA – Ihr Volksstudium für Technik und Wirtschaft Schwächert gilt als moderne Industrie- und Dienstleistungsstadt, die im Ballungszentrum der Bundeshauptstadt Wien und in direkter Nähe zum Vienna International Airport liegt. Seit 2005 agiert Schwächert auch als innovatives Forschungs-, Entwicklungs- und Ausbildungszentrum unserer modernen Informations- und Wissensgesellschaft. Akademia NOVA – Treibender Motor der Schwächert der Wissensgesellschaft, bietet am Standort sechsemestrige duale Bachelor-Studiengänge der staatlich anerkannten Deutschen Hochschule, Internationale Berufsakademie, University of Cooperative Education sowie weiterführende berufsbegleitende Masterstudiengänge. Dual studieren bedeutet Theoriestudium auf Level einer Fachhochschule und Training on the Job bei den nominierten Partnerunternehmungen. Das heißt, unsere Studierenden arbeiten genau im Sektor, wo sie studieren und studieren, wo sie arbeiten. Eine Studienwoche setzt sich zusammen aus zwei Tagen Theorie. Darauf folgen dann zweieinhalb bis drei Tage Umsetzung in die Praxis bei renommierten Unternehmen, wie zum Beispiel Silver System Services. Die Studentinnen sind im Partnerunternehmen angestellt, sozialversichert und erhalten ein angemessenes Gehalt. Die Stadt Schlechert gilt als sehr innovativ, ist bekannt als Industriestandort von großen Raffinerien und Kunststoffarbeit betrieben und hat sich zum Ziel gesetzt, innovativ zu sein und sehr auf die Ausbildung der Bevölkerung und der Jugend zu setzen. Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Mechatronik umfasst die technischen Schwerpunkte Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Informatik sowie Betriebswirtschaftslehre und Soft Skills und vermittelt so den Absolventinnen und Absolventen ganzheitliches Denken und Führungskompetenz. Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Prozessmanagement vermittelt eine umfassende Ausbildung in den Bereichen Maschinenbau und Betriebswirtschaft, ergänzt durch die Basics der Informatik und Elektronik. In Kombination mit Vertiefungen in Automatisierungstechnik, Industrial Engineering, Prozess- und Fertigungssimulation sowie Supply Chain Management und diversen Soft Skills wird eine breite Jobvielfalt ermöglicht, vom Spezialistentum bis hin zur Projekt- und Betriebsleitung. Wir sind hier bei der Firma Heliovis, ein Partnerunternehmen der Akademie Hannover in Schwächert. Als Start-up entwickeln wir einen neuartigen Sonnenkonzentrator, der in Zukunft in solaren Großkraftwerken zum Einsatz kommen soll. Ich studiere an der Fachschulakademie Hannover und arbeite drei Tage in dem Partnerunternehmen Heliovis. Der Studiengang Wirtschaftsinformatik richtet seine Ausbildungsschwerpunkte auf aktuelles Informatik-Know-how und höchste Wirtschaftskompetenz. Begleitend werden Soft Skills angeboten, die die Absolventinnen des Studiengangs auf kommende Führungsaufgaben vorbereiten und entsprechende Projektleitungsqualifikationen vermitteln. Silver System Service ist organisiert für große IT-Konzernen in Österreich das Vorortservice. Wir haben dazu ein Netzwerk von ca. 80 Technikern vor Ort, die dadurch auffällig, dass ihre Kunden begeistern. Der Grund, weshalb ich mich für Akademie Hannover entschieden habe, ist der, dass dieses duale System ganz super ist. Man kann nebenbei arbeiten und auch gleichzeitig studieren. Abschließend tut man ganz normal mit einem Bachelorstudium, der aufgrund des Bologna-Prozesses international anerkannt ist. Und man kann sich nach dem Studium auch weiterbilden in Masterstudiengänge oder komplett neue Richtungen. Der Studiengang Betriebswirtschaftslehre, Industrie und Handel, Banken und Versicherungen vermittelt den Studenten und Studentinnen ein vertieftes Verständnis für komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und bereitet sie Branchen aktuell und fokussiert auf künftige spannende Managementaufgaben vor. Ich bin nebenbei angestellt bei Service for Work, arbeite hier 24 Stunden in der Woche. Der Bewerbungsprozess bei Akademie Hannover funktioniert so, dass sich die Studenten bei uns per E-Mail normalerweise bewerben. Wir schauen die E-Mails an, laden dann die Studenten ein und führen mit jedem Studenten ein persönliches Gespräch, um einfach festzustellen, ob der Student für unser Studium gut geeignet ist und ob er vielleicht schon irgendwelche Kenntnisse hat, die wir dann brauchen können, um den Studenten dann in die entsprechenden Firmen vermitteln zu können. Weil auch jeder Student bei uns Projekte mit Partnerfirmen macht, oder als Alternative dazu macht er direkt Projekte über uns mit den Partnerfirmen. So wurde im Studienjahr 2010-2011 gefördert von der Forschungsförderungsgesellschaft der Republik Österreich der Prototyp eines neuartigen Balance Boards für Therapie und Rehabzwecke, gekoppelt mit zugehöriger Auswertungssoftware entwickelt. Ein weiteres Beispielprojekt ist die Studie Energieautarke Abfallsammelzentren im Auftrag des Abfallwirtschaftsverbandes Schwächert und des Landes Niederösterreich. Für die Durchführung der Projekte erhalten die Studierenden eine angemessene Entlohnung. Dual studieren bedeutet Berufsentieg auf der ersten Minute. Das heißt, alle fertigen Bachelor haben in der Regel den Job bereits von Beginn an in der Tasche. Akademia Nova bietet nicht nur eine umfangreiche akademische und zukunftsorientierte Ausbildung, sondern sichert bereits den Studierenden ihren Einstieg in das Berufsleben durch ein gut organisiertes und stetig wachsendes Netzwerk an Partnerunternehmen.